Wir sind die Firma Knoblauch aus einem ganz kleinen Familienunternehmen entstanden, das in Ephritsweiler angesiedelt war. Wir sind jetzt seit einigen Jahren hier in Markdorf beheimatet, haben hier unsere Wurzeln, wir fühlen uns hier total wohl. Knoblauch ist entstanden aus einer Dorfschreinerei 1909 und so richtig durchgestartet, würde ich sagen, dann in den 2000er Jahren sind wir rasant gewachsen. Wir gestalten Räume, wir machen alles, was so um den Menschen herum passiert. Was ist Knoblauch? Was ist unsere Essenz? Und wenn ich über Knoblauch denke, ich denke über echte Materialien. Wenn Dinge alt und authentisch sind, bekommen sie eine bestimmte Qualität, die man nicht artificiell reproduzieren kann. Das ist für mich 100% echt. Also ich habe früher schon echt, also in der 9. Klasse angefangen, einfach Spaß am Bauen und Basteln zu haben. Ich mag es irgendwie, Material in der Hand zu haben, unterschiedliche Materialien. Zu begeistern, also ich meine mit Räumen hat man im täglichen Leben zu tun. Also zu Hause, in seiner Wohnung, das ist ja auch was sehr Persönliches, was sehr Intimes. Die vermitteln Gefühle. Die machen was mit einem. Es ist doch ein Unterschied, ob du in einem vollgefließten Raum bist oder in einem gemütlichen Zimmer bist. Es macht was mit deiner Stimmung, mit deinem Gemütszustand. Wir arbeiten zusammen in Innenarchitektur, draußen in Architektur, Manufaktur. Das ist so viel kreativer Input in einem Projekt. Ich finde das also unique, mega. Damals war vermeintlich die Lage, Markdorf, Südwesten, im Rücken den See, die Schweiz, Standortnachteil. Heute würde ich sagen, wir sind mitten in Europa. Also für unser tägliches Tun genau am richtigen Ort.